Willkommen zurück, Leute, zu TTT Blitz. Heute auf der Pac-Man Map mit Grants, McFly, Judy, Kunran, Maru und Shigo. Hallo. Hallo. Wir hatten heute allgemein mal ein bisschen kleinere Special Maps, weil wir ein bisschen weniger sind. Ist ja ein anderer Aufnahmetermin. Ab nächster Folge ist dann wieder alles normal. Das sieht gleich aus. Ich bin verrückt. Ja, ich mach doch gar nichts. Hier gibt es jeweils einen Traitorraum für jeweils einen Geist. Und der schubst einen und macht Schaden. Und hier schießt einer. Da kann man rein und dann? Kommst du auf der anderen Seite wieder raus, Julie, wie bei Pac-Man. Oh. Ja, episch hier. Sorry, hier läuft gerade eine Spinne an meiner Wand. Ich hab keine Traitor. Was? Sie gibt Spinnen. Nein, an meiner Wand. Hier zuhause. Oh. Mach die komische Musik an, da wo Dado draufsteht. Alle Geister sind noch zuhause. Hey, warte mal. Da ist einer tot. Ach, sind wir hier. Das ist doch ganz schön weit weg. Weiß jetzt einer, was das für eine doofe Maßeinheit ist, Alter? Was? 1500 Meter weg sind es ja keine. 1500 Meter. Aber was ist das? Ey, Julie. Ist das dein Ernst? Ist was passiert? Es gibt wirklich einen Traitor. Ja, weil ich erst die Waffe klauen wollte. Gruner könnte sein, dass er mich erschießen will. Das kann man doch verstehen. Was? Ich glaube, es sind die beiden Mädels. Hm? Soll mal der Frau hinterherlaufen. Ja, hier. Da. Und du hast es nicht gesehen. Nein. Oh, schade. Deine DNA hatte ich gehabt. Das heißt, ich wusste eh, wo du bist. Furchtbar. Aber hier lang. Es war knapp. Tod in einem Gang. Ja, ich habe gut aufgeräumt, muss ich sagen. Ich hatte die Tür-Traitor-Tür einmal aufgehend. Die türkische Tür. Was? Die türkische Tür? Die türkische Tür. 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 Das war eins zu eins. Hast du die damals eingesungen? Ja. Macht es so Spaß, hier Traitor zu sein. Mann, ich bin es nicht mehr. Hä, Shigo ist es doch. Die hat sich jetzt vor mich teleportiert. Ich habe nichts gemacht. Erschießt sie. Die tun mich gar nicht an, Fackeln. Die sind doch blau. Hast du Pac-Man nie gespielt, Mann? Blau sind sie gut. Ja doch. Weil das ist zu much hier in 3D. Mit Blau kann man sie töten. Aber die sind schon im Knast. Deswegen passiert... Alter, wenn ein Automaten geht, kann man doch Pac-Man spielen. Nein! Konrad! Gute Scheiße, Mann! Nein! Nein! Wer war es jetzt? Kunran? Kunran wurde wiederbelebt. Und Shigo auch. Und Shigo auch. Shigo und Kunran sind es. Oh, guck mal hier! Nein! Lass mich an! Ich fand keine Waffen zu fair. Kunran der andere. Nein! Steht das da, knallt alle ab. Shigo guckt nur zu. Ich dachte mir so, what the fuck! Hallo? Nein! Kunran ist da an der blauen Wand mit den Game Punkten auf dem Boden. Ah! Ab ihn! Knauen! Er ist wirklich da! Er rennt gerade über die gelben Punkte und ich tue Mitte! Ah! Ich hab ihn eben! Ohlalalalala! Da musste er loslaufen, weil ich wusste, wo er ist. Was ne Runde! Kranz war ganz normal an Ende, ey! Und ich hab gespawnt und wurde sofort erschossen. War verrückt. Ohlala! Jaaaa! Du make me crazy! Aber alle müssen so mitmachen, gell? Platz triggered! Ich triggered das, hallo? Triggered! Wahld! Du weißt, jetzt die kleinen Fieger drausstecken, und das Geräusch hört? Wann jetzt die kleine Fieger drausstecken, was du gehen und das Geräusch hört? Ja! Da kann man... Oh Gott! Ich bin Daddy... Da kann man nicht meine arme Nase. Daida, daida? Hä? Oh mein... Oh Gott. 90 Grad. Ojee! Oh Gott. Die Ecken, also es ist sogar runde Ecken hier. Das heißt, das Ding könnte überall hinfliegen. Oh nein. Ich schieß das Ding alle glatte Minute durch irgendeinen Gang. Oh nein! Nein, ich hab' ich gesehen! Gestörter Mörder. Ein Irrer läuft hier durch die Gegend. Immer hier bei 20 Sekunden fliegt das erste Sägeplant los. Oh Gott. Wo ist Starloom? Sie haben wir hinter ihn stehen. Wann immer? Oh shit, ich wollte mich stecken. Das Problem ist, ich hab' das Gefühl, das ist ziemlich egal bei der Waffe, weil das könnte sogar in andere Richtung einfach gehen. Ja, aber wenn du hinter ihm stehst, dann haben wir gleich Glück. Oh shit, ich steh' hier. Einer ist grad'n Treadroom. Julie ist tot! Der Geist kommt! Jaja, einer ist'n Treadroom. Ich konnte leider nicht mehr sehen wer. Linky, Linky, Linky. Oh nein, also bin ich weg. Warum? Was? Julie hat mir einen Boomerang gekillt aus der Richtung, von der ich kam. Ich glaub' der Boomerang war nämlich für mich und nicht für Julie gewesen. Kundrad ist bei mir. Ja. Ich glaub' der Boomerang sollte mich treffen und nicht... Oh, guck mal, ist hier ganz in der Nähe gewesen, Kundrad. Was? Julie ist tot. Oh mein Gott. Mein Gott. Ich hab' mitten hier im Traum. Ey, verzieh' dich, Junge. Vorsicht, der Geist kommt da los. Ja, scheiße! Hab' einen. Hey, warte mal! Sie war doch Traitor, ich wollt' grad' sagen. Ich hab' die getötet hier. Hey, ich hab' die getötet hier. In neun Sekunden ist sie wieder so weit. Sie. Andere Seite gehen. Da bin ich sicher. Der Max. Hallo. Max ist es! Könnte überall sein. Ah, okay. Kennst du das Item noch? Kleine Upgrades. Hehehehe. Oh Mann, ey. Ist aber auch gemein. Sehr gemein. Da ist er wieder. Der Geist holt ihn! Renn euch in den Geist! Ah! 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 Schon wieder! Ich glaub' die jetzt hinterher. Ah! 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 Das rijst war nicht! Ah! Nicht-herrlich! Jetzt will ich mal nicht gekillt werden! Da ist ein Geist! Ja! Da steht halt, er killt alle Terroristen, die Geister. Aber ihr seid alle Terroristen! Ja! Ja! Und gibt es einen Fehler in der Matrix. Und du musst einfach alle vier los schicken, dass hier überall Action ist. Hab' ich ja versucht! Das ist einfach ein Problem auf den Raum raus und plötzlich schießt da so eine Kettensäge vorbei. Oh nein. So, kann ich nicht Traitor werden? Dankeschön, liebe Freunde. Traitor, nicht Traitor, das ist echt eine Frage. Ja, aber dann kann Shigo mich auch mal nicht töten. Gott sei Dank, Mann, gibt's ne Trenchgarten? Ja, vielleicht auch. Ich weiß. Oh, Kache, was ist denn? Oh Gott, was ist denn? Bitte? Passe, der Eat-Me-Button ist eine Tasse geworden. Ich hab euch eingedrabelt, ne? Kann man hier echt spielen? Oh mein Gott, wir haben keinen... Oh nein! Du Arsch! Wow! Das war ich. Ich bin grad hier rein geportet. Ich bin gerade durch den Teleporter gekommen, als die Leiche hier hingeflogen ist. Hinter dir ist Geist. Noch einer. Das heißt, beide Traitor sind in den Räumen. Ne, es war nur einer. Ich dachte, der Rot ist auch weg. Ah! Wir haben uns wieder angeschalten. Warum spawn ich hier? Weil du immer an diese Pac-Man-Dinger läufst, an den Wänden. Das ist Alu hier, okay. Die Pac-Man-Dinger, die sind richtig... Aber McFly hat den Geist nicht losgeschickt. Ich glaub, das war Kudran. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Kudran ist. Ich bin ziemlich sicher, dass Kudran Traitor ist, selbst wenn du den Geist nicht losgeschickt hast. Ich bin ganz... ...beschützt mich... ...beschützt mich... ...beschützt mich... Ich glaube, Maru ist es wirklich. Der hat sich gerade geportet oder so. Was sind sie denn? Was ist denn, Maru? Wir haben doch immer noch 50% Chance. So schlecht ist das gar nicht. Trump haben 50% auch gereicht. Das war der Geist. Ich hab hier eine Julie. Ich stell mich vor den Geist und mach dann Teleport. Und? Warte mal, also wenn es Maru aber nicht ist, dann ist es wie... So, Maru ist noch am Leben. Ja, aber Julie kann... Da hättest du auch eins zu eins zusammenzählen können, McFly, dass es Julie dann sein muss. Er gibt drei. Genau. Da hinten ist Maru beim Geist. Bei welchem? Blau? Ne, bei Weiß. Und Julie rennt mit dem Bullerrand vor sich. Ich glaub, sie hat Maru getrunken. Sie sind... Sie müssen es doch beide sein. Du kommst nicht weg. Hey, Katrus! Ich hatte nicht nachgedacht und dann war es auch schon zu spät. Aber Julie müsste dann... Ja, guck ich hier die Punkte-Liste... Aber Julie müsste es auch sein... Oh nein. Die letzte haben mich gefohlt, leider. Oh... Aber Maru war der Sieger. Da hat Julie ihre Sache bekommen, ey. Ich bin irgendwo rumgelaufen. Verdächtig rumgelaufen. Reicht schon. Straftat. Und dann war es schön, dass ich überführt wurde, weil ich mich teleportiert habe. Ja, aber ich hatte ja vorher geblitzt, da hab ich das ja... Ja, du bist richtig. Oh, sort of. Waka maka foe. Mhm. Ah, der Geist! Der hat mich erschreckt. Was ist hier fürs... Das ist der Job? Das ist der Job? Der hat dann nur einen Job gemacht, ja? Ein Geist fehlt schon. Oh! Ja, der fährt hier. Nein, der fliegt. Der fährt. Wenn er fahren würde, wärs fake, ey. Der hat ne Gangschaltung. Kunran schießt auf mich. Kunran trifft sich. Willst du den Geist umbringen, oder was? Was steht denn? Ja, warum sollst du überhaupt schießen? Weil du Trater bist. Hey! Wen trätet er? Kunran ist Trater. Entschuldigung. Hey, hier wird geschossen. Kunran schießt weiter. Kunran auch auf mich geschossen. Der geht immer hin und her durch die Teleporter. Wer hat dich da angeschossen? War das gekrinzt? Ich hab mich erwischt. Mach du mal jemanden. Kunran frei zum Abschuss. Er ist tot, ich hab ihn gekillt. Danke, ich hab ihn gekillt. Kunran frei zum Looten. Oh nein! Nicht decken. Ich will looten. Wer ist hier? Ich will looten, ich hab's verdient. Ich bin Dete, ich darf looten. Kannst du mich heilen? Ja, warte. Pass auf, gleich wirst du umgebracht. Ich muss erstmal einkaufen. Ah! Hey, wer war's jetzt? Roger Fly. Roger Fly. Roger McFly. Wollt er durchgehen. Ich hab nur noch neun. Also du hast gut Damage gemacht. War wieder am Arsch. Was geht's gerade? Was war das denn? Ey, lass mich doch teabaggen. Und dann war ich frustriert. Viel besseres von dir gewohnt, Kunran. Der Frust, Kunran. Wow. Läuft der Amok. Zubidu. Zubidu. Du bist überlaufen, was falsch machen. Du bist überlaufen. Du bist überlaufen. Wenn man btw weiß, dass einer von den Traitern in den Geisterräumen ist, dann muss man einfach nur bei den Teleporter entstehen an beiden Seiten. Und hier kommen die irgendwo raus. Das ist ja der Camping. Ja, aber du kannst ja auch durch den Teleporter gekommen sein, weil du auf der anderen Seite reingegangen bist. Oh Gott. Wer hat den Knopf gedrückt? Oh. Vielleicht gehts los. Oh. Vielleicht gehts los. Neid! Ah! Sack. Ich dachte nicht. Alle Geister sind ja nass. Warum drückt ihr denn... Oh, wo ist es? Ach so. Warum drückt ihr denn eigentlich den Geisterknopf, wenn kein Geist unterwegs ist? Ich hab nicht jennt, bin mir aber nicht sicher. Schigo wieder rüber, Trader. Ich hab er nicht gesehen. Das ist ihre Map, ey. Ich muss noch blitzen. Darauf erst mal ne Kombo, leider. Der steht hinter mir und ich... Nicht, wenn ich vor dir blitze. Direkten Bumarang in die Fresse, ey. In die Fresse, du. Juli wird gleich geblitzt, ey. Juli wird gleich geblitzt. Ja, dann musst du aber früher blitzen. Dann musst du früher blitzen, ja. Du brauchst nur ne Prognose. Nein, leider nicht. Schauen wir mal. Welcher blitzt zählt? Der als erstes ist, ne? Verdammt. Und Juli, kannst du blitzen? Ja, ich kann. Jetzt auch nicht. Aber es ist random. Das stört dich sonst doch auch nicht. Es sind beide. Also ich glaub, dass Juli es ist. Ich brauch einen Tipp, das sein können. Ich grenz. Oha. Danke. Maru vielleicht. Hey. Klasse, mein Boy. Was ist das? Oh, wenn das ne Komulator wäre, wäre alles anders ausgegangen. Juli, jetzt blitzt oder ich erschieße dich. D-Tippe-Befehl. Verwende deinen Blitz. Blitz, Maru und Kunrad. Hey. Da ist Kunrad. Oh nein, er ist es nicht. Ich hab Maru grad rumlaufen sehen. Er stand ganz ruhig. Und jemand hat den Geistborg reaktiviert. Geist. Erode. Maru teleportiert sich hin und zurück. Achso, nein. Hinter dir, Juli. Nein! Juli ist es schon wieder! Nein! Was? Was ist es? Naja, sie hat einfach auf mich gewallert. Oh yeah. Nein! Nein! Verpackt! Lauf, Juli! Schnapp sie dir! Na? Ach dir. Du weißt doch wer es ist. Na? Lass dich aber vor. Vorsicht, der Geist hinter dir! War nicht interessiert. Juli, komm her. Komm, ich bin doch nur heil. Danke. Wieso bist du der Geist? Da, da! Du hast ein Boomerang! Ich bin doch gerade in der Hölle da alles. Was? Bist du? Bist du der Geist? Alter, fasst das erste Ton. Und damit haben wir gewonnen! Ohhhh! Das hilft es doch nicht! Ich habe schon kurz Schwarz gesehen. Bis zum nächsten Mal, meine! Tschüss! Tschüss!